EDA. Ziegel- und Betonfertigteile aus einer Hand. Mit innovativen Produkten den hochwertigen Hausbau einfacher zu machen und bei Wohnkomfort und Energiesparen Maßstäbe zu setzen, ist die Philosophie des Familienunternehmens. Mit acht Standorten ist EDA der innovative Baustofflieferant für Ziegelsysteme, Betonfertigteile und Transportbeton. EDA Fertigkeller werden nach ihren Plänen vorgefertigt geliefert und sind in einem Tag errichtet. Viel Zeit sparen die EDA Fertigtreppen. In einer Stunde gesetzt, sind sie sofort belastbar. Mit Innovationen aus der hauseigenen Forschung und Entwicklung setzt das Feuerbacher Unternehmen Meilensteine in der Branche und gibt mit den modernsten Produktionsanlagen sowie den strengsten Qualitätskontrollen höchste Sicherheit beim Hausbau. Das komplette Ziegelprogramm lässt keine Wünsche offen. So wird mit dem EDA Plan XP50 Trionic erstmals Passivhausqualität mit einem puren Ziegel möglich. Zusätzliche Dämmung ist Vergangenheit. Und wer rundum baubiologisch idealen Ziegelkomfort bevorzugt, ist bei den EDA Ziegeldecken und dem EDA Wohndach an der richtigen Adresse. Setzen Sie auf einmalige Qualität. Schliesslich baut man nur einmal. Mit EDA geniessen Sie Wohnkomfort und Energiesparen für Generationen. EDA – Zukunft bauen